Willkommen zurück zu Dark Souls 2! Weiter geht's! Yay! So, kleine Pause gemacht, also stehe hier schon eine gute Weile, habt ihr natürlich auch gemerkt. Und jetzt geht's erstmal weiter. Ich würde erstmal ganz checken, ich habe den Ring der Lebenssicherung drin. Gut, dann kann mir im Grunde nichts passieren. Dann ist Failen erlaubt. Ich glaube, ich wollte hier runterspringen, ne? Ja, dann, ähm, machen wir das doch mal. Pui! So. Okay, ja, nächstes dann. Das sind ja kleine Abstände, da brauche ich auch meine, ähm, mein Fall-Damage-Dingens nicht. Das habe ich ja gerade gar nicht an, ne? Habe ich hier nicht wirklich nötig, wenn ich richtig lande, zumindest. Hier würde ich gerne richtig landen, da liegt nämlich was für mich. Moin! Was haben wir denn da Schönes? Ja, 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 also wenn man da falsch springt, ne? Das wird ein hässlicher Tod. Da sollte ich aufpassen. Na, super, was für ein tolles Item. Okay, ja, ich glaube, wir sind gleich wieder da, wo wir aufgehört haben. Aber vielleicht geht's ja dann endlich mal Richtung Boss, ne? Da, vor dem habe ich mich immer wieder exzellent gedrückt, kann man sagen. Oh, guck mal, wir könnten da in die Suppe springen. Hm. Hm. Nein, das machen wir nicht. Oh, da hinten steht ja einer. Oh Gott, dann war ich hier noch gar nicht. Ich dachte, das wäre so ein altes Gebiet. Ähm, kann ich dich rein zufällig anvisieren? Wahrscheinlich. Oh, doch. Ach, cool. Aber das bringt mir hier herzlich wenig. Ich muss aufpassen, dass ich da nicht runterfalle. Ja, jetzt ist die Anvisierung wieder weg. Aber ich würde mal sagen, wenn ich hier runterspringe, dann kann ich ihn besser anvisieren, ne? Aber ich hoffe, das ist stabil. Ja gut, wo soll ich sonst hinspringen? Also los. Hopps. Okay, ich lebe noch. So, ist hier auf meiner Plattform irgendjemand? Ne, da bin ich alleine. Wo ist denn jetzt der Typ? Ach, der ist da unten. Okay. Gut. Die schweren Zielpflug-Seelenpfeile. Ja, ganz, ganz viele Menschen haben mir gesagt, die sind nicht so dolle. Unter anderem auch der, ähm, 1, 2, 3, Freddy kommt vorbei. Ja. Toller, äh, tolle Filmserie, by the way. Ähm, der gibt mir auch immer wieder nützliche Tipps, wie natürlich viele andere von euch. Und, äh, darunter auch, ja, die könnte ich echt mal weghauen. Die sind eher fürs PvP geeignet. Alles klar, zur Kenntnis genommen. Ne, ernsthaft, in der Suppe ist ein Item drin? Ja, alles klar, ey. Gut, vielleicht kann ich die irgendwie entleeren. Ähm, damit das Item auch rausfällt. Ich wüsste jetzt aber nicht genau, wie. Na, egal, ich gehe jetzt mal da hinten hin. Ist da noch was für mich? Ne, aber ich checke mal die Wand. Ach ja, irgendeine Wand habe ich auch im PvP-Gebiet, ähm, vergessen. Aber gut, das ist jetzt nicht so schlimm, denke ich. Super, ich glaube, ich muss jetzt einen hässlichen Sprung machen. Das könnte böse enden für mich. Ich würde schauen nochmal alles ab, aber... Na, äh. Na, toll! Ich kann ja die Suppe als Brücke nehmen. Ja gut, den Rand zumindest. Das werde ich wohl müssen. Dann könnte ich eventuell auch an das Item kommen, wenn ich an den Rand springe. Ja, aber kriege ich das hin? Das ist die Frage. Oder soll ich vakuum mutig versuchen, da runter zu springen? Das glaube ich aber nicht. Ich glaube schon, dass ich das als Brücke verwenden muss. Oh Gott, ey. Ja, woher probieren wir das? Halt! Heiß, 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 heiß. Mein rechter Fuß ist schon fast in der Lava drin. Das sieht auch irgendwie seltsam aus gerade, finde ich. Aber gut, solange ich nicht durch die Textur falle, ist alles in Ordnung. Cool, das hat funktioniert. Ich werde an das Item sogar kommen. Ein goldener Schlangenring! Habe ich den nicht schon? Muss ich dann mal nachgucken. Naja, schön. So, da hinten, der Typ, den habe ich nicht vergessen. Der lebt noch. Der ist jetzt wahrscheinlich pissig auf mich. Oder halt auch nicht. Ähm, wo schlappe ich denn hier nur rum, ey? Was ist das für ein Gebiet? So, ah, jetzt du. Eins habe ich noch für dich. Und tschüss. Ja, dass er so nachfliegt, ist natürlich für PvP sehr cool, ne? Aber wir machen ja kein PvP. So, und jetzt kann ich wieder auf sicheren Boden. Das gefällt mir. Ah. Gut. Gut, gut, gut. Da ist meine Nebelwand. Das ist aber jetzt eine andere, wie die, äh... Oder? Wo wir die ganze Zeit hinrollen. Ich bin mir jetzt überhaupt nicht sicher. Ich gehe erstmal hier weiter. Das ist ja, das ist natürlich was anderes. Ich bin, das ist ja alles anders hier. Das ist ja... Oh, nee, komm, ey. Nicht immer diese großen, dicken, dummen, ey. Und dann noch so engen hier. Und dann kann ich ihn zu spät anvisieren. Und alles ist so gemein. Und gefährlich und schwirrt. Okay, ah, das gibt so schön viel Seelen hier. Das Gebiet. Und diese Tilanitschärm, die ich hier fahren kann. Ey, das ist doch geil, das Gebiet. Kann man gar nicht anders sagen. Oh, was höre ich denn da? Was höre ich denn da? Ist das... Wird doch schlecht, wenn ich daran ziehe. Ähm, kann ich eigentlich drüber steigen? Wahrscheinlich nicht. Ich muss da erst... ...ziehen. Ich kann so lange durchlaufen. So toll. Ajo! Ja, klar. Und dann habe ich da hinten... Alles klar, ich verstehe. Dann mache ich das nochmal anders. Dann werde ich erst nochmal da ziehen. Mit dem Typen hier... Hallo, hier bin ich. Jetzt renne ich nochmal schnell durch. Jetzt mache ich dich. Total feige. Ja, der kommt auch noch durch, ist mir klar. Oh, komm ey. Nicht so schnell. Alter, nicht so schnell. Oder mach mal Pause. Ich sehe nichts. Ah, das ist jetzt doof hier. Ich will hier nicht in den Abgrund rennen. Okay. Wie lange... Oh, da läuft mir eine gute Weile hinterher. Alles klar. Okay. Das war nix, mein Freund. Das war gar nix. Wah, 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 wah. Es könnte natürlich auch sein, dass diese Nebelwand das alte Gebiet ist, also die Nebelwand von der anderen Seite, die wir sonst immer gesehen haben. Aber warum machen die dann hier eine Nebelwand, wenn man sie überspringen könnte? Das glaubt ihr irgendwie auch nicht. Naja, ich will jetzt erstmal das normale Gebiet abgriffen, bevor ich hier irgendwelche Wände öffne. So viel ist sicher. Wirklich groß ist dieses Schloss. Unglaublich groß wieder. So. Dann mal durch. Ähm. Ja, Magie ist auch bald wieder Ebbe hier. So. Schauen wir uns das mal an. Was war das für ein Kassel? Also rein von der Zeit her, schnell durchschuschen, ist möglich. Oh, aber das wird schwer. Das geht, das geht. Gucken, wo ich am besten stehe. Das nüpfle ich jetzt auf die andere Seite. Ja, und dann hier stehen. Das sind Items. Aber, uh, ich weiß nicht, ob ich mich das trauen soll. Nehme ich schon. Oh, oh. Wo sehe ich jetzt jetzt? Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wenn das alles zusammenfährt und so. Aber ich habe gerade eine richtig hässliche Falle im Kopf. Was soll ich denn dann machen? Ich muss auf den Platz und so achten. Dass ich irgendwie was auslösen kann. Aber hier sehe ich mal nichts auf dem Boden. Oh, die sollten da das Item bitte bekommen. Bis ich das aufsackle. Gott, sitz. Das kann ich noch vergessen, ey. Das geht so schnell gar nicht hin. Oder ich kann die immer noch ausschalten. Das ist immer noch so meine Hoffnung. Ach, ich kann hier hochklettern. Die Leiter hätte ich fast gar nicht gesehen. Okay. Das mache ich jetzt aber noch nicht. Erstmal da hinten drücken. Ich habe ja keine Ahnung. So viele Möglichkeiten. Das ist ein Wahnsinn. Wir gehen erstmal da hoch. Hier unten gefällt es mir nicht so doll. Ai, ai, ai. So, erstmal gucken. Erstmal ein bisschen lunzen hier. Na gut, dann bin ich halt gleich oben. Das gefällt mir hier nicht. Ich fühle mich hier so... Ich denke irgendwie alles und das wird alles so nünztrös. Gut, wir gehen mal hoch. Der Leiter ist ja kein Feuer. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass er umgleich... Also, irgendwie ist der Sound jetzt abgeraucht. Ein Leuchtfeuer. Ach, wie göttlich. Einfach nur göttlich, Leute. So, aber ich will noch nicht gehen. Ich werde jetzt gucken, was da oben ist. Hauptsache, ich habe es berührt. Sag bloß, ich kann hier endlich diesen Feuertreck ausmachen. Ein für allemal. Das wäre so toll. Ja! Es ist aus. Alles ist aus. Ach, wie schön. Ach, ist das toll. Da sind wir ja genau richtig gelaufen. Jetzt kann ich vielleicht auch das Ganze am Anfang holen. Vielleicht. So, ist hier noch irgendwas für mich? Ey, im hintersten Ecken Leuchtfeuer und dieser eine Schalter. Wahnsinn. Nicht eigentlich mehr wie rausgucken. Ne, ich kann nicht rausgehen oder sowas. Ich könnte es auch wieder anmachen, ne. So ist es ja nicht. Aber nö, habe ich gerade kein Bedürfnis danach. Ich hoffe, es kommt kein anderer auf die Idee, den umzulegen. Okay, cool. Trotzdem muss ich aufpassen, also... Diese Stacheln an der Wand. Die, ähm, machen mir ein bisschen Angst. Sollte gucken, wo ich hinlatsche. Alle aus. Jetzt kann ich mir natürlich wunderbar dieses Item holen. Wenn ich das Item hole, ist das vielleicht ein Trigger-Effekt. Gut. Hier drüben war ich noch nicht. Ich glaube, ich mache den erstes Mal. Jetzt müssen wir hier in diesem engen Gang kämpfen, ey. Du hast Nerven. Wenn der mich zu den Stacheln, äh, schmeißt, das wäre hässlich. Das wäre sehr hässlich. Deswegen stirbt jetzt bitte. Item. Ein Kurzbogenblitz plus eins. Wow. Also das ist doch mal was. So, aber hier ist nichts mehr. Dann gehen wir mal hier lang, ne? Da ist schon wieder eine Nebelwand, ey. Hinter die kann man ja gucken. Interessant. Ist das jetzt wieder so ein bisschen das alte Gebiet? Ne, nicht unbedingt. Das ist einfach nur draußen. Ich könnte da problemlos hinrennen. Aber da hinten ist doch kein Boss, oder? Also ich sehe zumindest keiner. Gut, er könnte ja aus der Lava emporsteigen. Und mich fertig machen. Ja, das wird wahrscheinlich wirklich so sein. Das ist dann ja auch wieder ein schöner, kurzer Weg zum Boss, muss ich sagen. Wenn es denn überhaupt einer ist. Das traue ich mich jetzt noch nicht. Also was heißt, ich traue mich noch nicht? Ich will noch nicht. Ich glaube, da ist echt ein Boss. Die machen doch nichts. Da muss ein Boss kommen. Dann kommt bei dem anderen kein Boss. Das heißt, wir checken jetzt mal den anderen Weg. Genau deswegen habe ich auch die Gegner totgelassen und so. Noch kein Leuchtfeuer richtig benutzt, damit ich hier einfach nochmal in Ruhe zurück kann. Jetzt gucken wir uns nämlich die Nebelwand dort hinten an. Denn ich habe langsam echt die Vermutung, dass das dann ins alte Gebiet führt. Von der anderen Seite. Und ich hatte recht. Cool. So, und wenn ich schon mal hier bin, muss ich jetzt... Ach ja, das Item noch. Genau. Kloster-Amulett. Okay, eine Seele. Ähm, jetzt nochmal gut überlegen. Ob ich hier noch irgendwas holen, machen, tun wollte. Ja gut, die Sachen in dem Feuer, das werde ich nicht tun. Klar, ganz am Anfang war ja noch dieses Feuerpferd mit dem Item, aber das hole ich mir später per Teleportleuchtfeuer und so. Jetzt da zurückrennen wäre ja total idiotisch. Aber hier in unmittelbarer Nähe war jetzt nichts mehr, ne? Gut, dann gehen wir. Okay. Hier ist ja auch nichts mehr zu holen. Nee, glaube ich nicht. Gut, ich würde jetzt sogar dazu tendieren, mich menschlich zu machen. Zauber Einsätze zu fressen und das Ganze jetzt nochmal krass zu probieren, ohne dass wir irgendwas anderes tun. Ähm, ja, das ist jetzt einfach mal so mein... Darauf habe ich jetzt Lust. Ist gleich nicht das Sinnvollste. Aber das will ich tun. Ähm, deswegen... Weil ich behalte ja auch dann die Menschlichkeit dank meines Lebensrings. Das müssen wir voll auskosten, finde ich. Ich bleibe mal hier, ich werde mich hier menschlich machen. Vielleicht gibt es ja Hilfe. So. Vielleicht kriege ich ja Hilfe. Ich habe nämlich noch genug Estus. Lebenssteine passt auch soweit. Nur die Zauber Einsätze muss ich jetzt noch erhöhen. Denn da kommt jetzt garantiert was Böses. Das ist so klar. So, ich habe doch irgendwas, was besser ist wie das gelbe Kraut, ne? Stellt, ähm, na gut viele, obwohl... Ne, ich habe nur eins davon. Nehmen wir doch dieses Dämmerungskraut. Und nehmen wir es meinetwegen noch mal. So. Jetzt sind wir bestens ausgerüstet für den Kampf. Flakon. Äh, nochmal checken. Lebenssicherungsring ist drin. Mir kann nichts passieren. Den Ring, Ring des Bindens, Blausteinring. Okay, alles sind volle Ringe gerade, die einen Bosskampf rechtfertigen. Wahrscheinlich ist es irgendein Feuerboss, aber ich habe nichts mit Feuerressis. Äh, mal gucken wie es läuft. Oh Mann, ähm, ja, gucken ob wir ein Zeichen sehen hier irgendwo. Mal schauen. Am Ende ist da vielleicht gar kein Bus. Das wäre es natürlich. Alles umsonst gemacht. Ja, ob ich jetzt nochmal oben gucken sollte. Ich glaube nicht, dass so weit weg ein Zeichen ist. Ne, das bezweifle ich. Deswegen, ne. Falls doch, dann korrigiert mich einfach. Vielleicht hoffen wir es ja auch alleine. Könnte ja auch ein bisschen versteckt sein, aber ne, hier sehe ich auch nichts. So, hier sind aber auch keine Gegner mehr oder so, ne. Gut. Hier vielleicht noch eine geheime Wand. Nein. Ich hoffe, hier geht nicht zu Bruch. Ich will nicht baden. Ah, das wird so ein kleines Kampffeld, ey. Das wird böse. Ich sehe mich jetzt schon in die Lava fallen. Oh Mann. Ähm. Hier war es vielleicht. Ah, ich muss es anscheinend wirklich alleine schaffen. Brutalst. Ah, jetzt ist mein kleiner Finger eingeschlafen. Ey, das gibt es ja wohl nicht. Tut mir ja leid, dass er nicht mitzocken kann, aber... Ah. Oh, wartet mal, Leute. An sowas soll es jetzt nicht scheitern. Gleich wieder da. Okay, geht schon wieder. So. Jetzt habe ich immerhin eine Ausrede weniger, ne. So, wir wechseln gleich zu den großen, schweren. Das sind ja eigentlich momentan unsere besten. Ich muss unbedingt die Inder 40 hoch, damit wir immer Seelensperre benutzen können. Und ja, reines Getümmel! Und ja, reines Getümmel! Warten macht Spaß, wa? Okay. Oh, oh, das ruckelt ja ein bisschen. Okay, passt schon wieder. Der alte Eisenkönig. Das könnte sogar einer der großen Fürsten sein. Ich weiß ja nicht. Okay, Schaden mache ich schon mal. Gut. Ich habe so ein kleines Scheißgebiet hier. Das ist ja... Okay, jetzt mal gucken, was er kann. Was? Ach, du Kacke. Ich bin... Oh, nee, ey. Da bin ich schon irgendwie wo reingefallen, ey. Das... Oh, ich hätte mir erst mal... Das war jetzt dumm. Das war richtig blöd von mir. Total sinnlos. Okay, also nichts mit links und rechts ausweichen. Das Gebiet ist ultra klein. Ich hätte jetzt aber gedacht, da geht es rechts noch weiter. Da war noch Mauerwerk und so. Das hat mich jetzt überrascht. Aber sowas von überrascht. Das war jetzt natürlich gar nichts. Kann ich überhaupt nicht einschätzen, was er kann. Ob er schwer ist oder... Na, egal. Sinnvoll ist ja sowieso erst, dass wir nach Machula reisen. Denn wir haben jede Menge Seelen. Mit diesen Seelen wollen wir was anfangen. Machula, Machula. Ja, Machula. Ach. Das war doch kein Versuch jetzt. Das war ein Witz. Das war einfach nur ein dummer Witz. Äh, na gut. Ich muss gerade noch mal in Erinnerung rufen. Was wollte ich mit meinen Seelen jetzt primär machen? Ich wollte... Irgendwie sehe ich gerade aus wie eine Frau. Ich weiß auch nicht. Oh ne, ich bin keiner. Ich war nicht in dem Sarg noch mal drin. Ähm. Was wollte ich denn jetzt noch mal verstärken und so? Wollte ich was verstärken? Ich wollte, glaube ich, auf jeden Fall bei Ausrüstung... Da ging ja zum Beispiel... Eines noch nicht effizient. Eigentlich. Auf 14, wenn ich es gerade richtig gesehen habe. Ja, die Geschicklichkeit erst mal auf 14 bringen. Nichts, wo viel... Muss sein. So, das machen wir mal ganz schnell. Ähm, ich hab hier nichts gefunden, oder? Ich merke mir das nie. Okay. Aufsteigen. Gucken, ob wir eventuell die Intelligenz... Auch noch auf 40 kriegen. Dann könnte ich den Seelensperr reinhauen. Das wär toll. Das wär mir sogar fast wichtiger wie... die Geschicklichkeit, ehrlich gesagt. Ah, nur zwei Pünktchen hoch. Shit. Das wird selbst, wenn ich die Seelen ausgebe, wird das nicht reichen. Na komm, dann können wir die Geschick auf 14 festsetzen. Ja. Okay. Dann habt ihr mir noch gesagt... Ähm, dass der... Rüstungshändler immer noch nicht fertig ist mit dem... Mit seinem... Ähm, ja, den muss man nochmal eine Stufe höher bringen, damit er uns was schenkt später, wenn wir mal null Seelen haben. Aber das jetzt mit meinen 9000 Seelen zu machen, ist vielleicht nicht so... Cool. Ich bin glücklich, dass du dich so... Ja, er muss auf jeden Fall noch einmal... Ähm... Ich muss noch mehr kaufen bei ihm, aber das mach ich jetzt nicht. Always open for business. So, was wollte ich denn noch mit meiner Cola anstellen? Wollte ich meine... Meine ganzen Rüstungen und so könnte ich mal noch versuchen zu appen. Wir haben ja jetzt genug von diesen Steinchen gefunden. Ach ja! Macduff, genau. Macduff, da können wir große Titanitsteine kaufen. Habt ihr mir geschrieben. Danke auch für den Tipp. Ich weiß nicht, warum ich das nicht... Warum ich das so halbherzig nur überflogen habe. Das ist mir ein Rätsel. Naja, wie dem auch sei. Ähm... Wo ist jetzt mein... Schmiedefreund? Hier. Wollen wir erstmal... Hier. Da müsste ein bisschen was gehen, denke ich. Was brauche ich nochmal für meine Waffe? Da wird wahrscheinlich nichts mehr gehen. Da habe ich keine Titanitbrocken. Nein. Rüstung. Ähm... Ich denke, die Kappe werde ich nie wieder abziehen. Aber die kostet gleich Glitzer. Naja, das ist halt natürlich doof. Ihr habt mir geschrieben, das kann man später in einem Gebiet farmen. Aber na gut. Es ist halt ein bisschen ärgerlich, dass man das Glitzernde braucht. Das könnte ich gerade einmal was steigern. Ach ja, genau. Ich habe schon die Rüstung gemacht. Okay. Wie sieht es denn mit dem... Schild aus? Ach ja. Und dann habt ihr mir noch einen Tipp gegeben wegen Macduff. Ich glaube, wir müssen nochmal zu Macduff. Dieses Schild braucht große Titanit-Schirmen. Ja, das ist doch schon mal was Gutes. Dann könnte ich das hier noch ein bisschen erhöhen. Das Königstrachenschild. Das ist gut. So, das war es schon. Aber ich könnte ja noch welche nachkaufen gehen gleich. Gehen wir doch mal zu Macduff. Ja. Komm zu Macduff. Reißen. Niemals muss ich den Trottel suchen. Hier? Ne, hier. Da war es. Intelligenz auf 40 ist definitiv mein nächstes Ziel. Aber ihr habt mir auch empfohlen, ich sollte mein Feuerschwert eventuell umwandeln in so ein Magie-Schwert. Das würde deutlich mehr Schaden machen und natürlich auch auf Magie skalieren. Da habt ihr natürlich recht. Wenn ihr meint, dass ich diesen Feuerschaden nicht mehr vermissen werde, dann sollten wir das tun. Denn dieses Plus, was wir in unser Schwert investiert haben, so sagtet ihr, das bleibt erhalten. Aber, ich glaube, uns fehlt da noch eine Komponente. Wir gucken uns das mal an. IOTA. Ja. Waffe durchdringen. Äh, durchdringen. Doch, durchdringen. So hieß es. Und das Feuerschwert auf Magie zu bringen. Ähm, verzaubert. Ne, Moment. Nochmal durchchecken, was es alles gibt. Gift, Finsternis, Blitz, Magie. Das da. Ja, ist klar. Dann basiert es hier auf Intelligenz, sieht man ja auch schön. Hier auf B würde das Ganze dann laufen. Kurze 2000, aber ich brauche einen Pfahlstein. Ich habe gar keinen Pfahlstein. Das ist schade. Hast du zufällig Pfahlsteine im Angebot? Das wäre unglaublich nett. Naja, wie gesagt, er hat die großen Titanitscherben. Könnte ich gleich zweimal kaufen. Reparaturpulver. Ich gucke erstmal noch, was er so hat. Aber der Rest ist eher Müll. Uchikatana. Das war doch ziemlich geil, wenn man das auf Blitz macht, oder? Zumindest ein Vorgänger hätte ich damit gern rumgerannt. Und wie ist es hier? Könnte man sich ja auch mal überlegen. Die Geschicklichkeit hätte ich ja jetzt fast. Naja, mal überlegen. Ähm, ansonsten ist hier jetzt nichts Spannendes. Ähm, wir werden jetzt seine großen Titanitsteinchen kaufen. Leider hat er nur zwei Stück. Gut, viel mehr. Ah, ne, er hat mehr. Besitz. Achso, ich hab Besitz 3. Ah. Ach, hier kann man unendlich viele kaufen. Cool. Mein Freund. Aber gut, so reich bin ich jetzt gar nicht. Es sei denn, ich werd noch ein paar Dinger los. Sei doch mal nett. Es ist übrigens auch, ähm, interessant. Also, jemand hat auch geschrieben, hätte man versucht, die Glut erstmal dem, ähm, anderen Typ hinzugeben, dem anderen Schmied, den Machula, so hätte der gesagt, ja, mit so einer Glut kann er nix anfangen. Das ist nur uralte Kunst, dass man mit, äh, Gluten arbeitet und so. Oh, das ist ja auch nochmal ein Zeichen dafür. Ähm, dass Dark Souls 2 wirklich viel, 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 viel später nach dem Vorgänger spielt. Aber gut, da gab's schon mehrere Anzeichen dafür. Ich wollte's nur nochmal gesagt haben. So. Ähm, ich werd mir jetzt mal, wenn ich vier Stück kaufe, hab ich vielleicht das Glück, dass ich noch zweimal aufwerten kann. Könnte ich mal probieren. Vier Stück kaufen. So. Und ich kann's auch gleich hier machen, ne? Das kommt ja aufs Gleiche raus. So, mein Schild. Wie sieht's eigentlich mit meinem Stab aus? Was könnte ich denn... Ach, ich könnte mein Zauberstab ja auch... Ich kann den ja auch mit Magie durchdringen. Das würde auch nochmal viel bringen. Vermute ich mal, ne? Aber gut, das... Wie gesagt, ich hab keine Fallsteine. Deswegen ist das grad uninteressant. Ich könnte den auf jeden Fall auch pushen. Oh, das wird mich jetzt auch... Das wird mich sogar jetzt noch mehr reizen. Mein Zauberstab weiter pushen. Ja. Ich glaub, dann mach ich lieber das. Sorry, dass ich mich jetzt... Okay, jetzt ist es umgeschwenkt auf Titanitbrocken. Gut. Dann hat sich das jetzt eh getan. Und hier reicht's auch grad noch für einmal. Und auch hier brauch ich jetzt Titanitbrocken. Ja, dann hab ich ja alles richtig gemacht. So, jetzt bin ich fast arm. Und der Part ist fast voll. Ich würd sagen, einmal probieren wir den Boss noch richtig, oder? Yo. So, seh ich genauso. Und da hab ich jetzt keinen... Ach, Mist, den Festsicherungsring hätte ich noch... Na, egal, egal. Nächstes Mal dann. So, was bringt mir gegen den Typen? Garantiert sowas wie Feuerresistenz. Da hab ich doch bestimmt irgendeinen Ring. Erhöht Giftresistenz. Versteinerung. Körperliche Abwehr. Blitzabwehr. Die Aufnahme zusätzlicher Zauber. Hm, vielleicht. Verringer den Fallschaden. TP. Ah, ich hab echt nix gegen Feuer. Krass. Krass doof. Okay, dann... Machen wir doch mal... Die Aufnahme zusätzlicher Zauber. Machen wir einfach mal rein. Ich glaub, nehm ich... Mit einem Feuerschwert brauch ich diesem Feuer-Demo nicht zu kommen. Der lacht dann einfach nur mal drüber. Am besten, ich bleib einfach total stupide jetzt stehen, ohne dass ich dann wieder irgendwo runterfalle. Und, äh... Ja, die Zaubereinstimmungen noch. Da müssen wir was ändern. Ja, 40, das geht noch nicht. Schockwelle. Dann machen wir hier den großen Schweren wieder rein. Dann hab ich mehr von dem geilen Zeug. Jetzt hab ich nur große Schwere drin. Dann können wir nochmal, ähm... Sowas anderes, nämlich... Ah, schwer. Einfach nur schwer. Damit ich auch wirklich genug dabei hab. So. 30 große, schwere Seelen fallen. Na, wenn die nicht reichen, weiß ich auch nicht. Aber jetzt erstmal den Typen schaffen, ne. Einmal probieren wir's noch. Und ansonsten... Erlegen wir ihn definitiv im nächsten Part. Äh... Wo, 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 wo? Na, da unten. So. Hat sich auch schon wieder das... Ah, ne. Das ist das Sonnenturm. Hier bin ich richtig. Und hier ist mein kürzester Weg zum Boss. Oder? Ja. Obwohl. Ja, doch. Nimmt sich beides nicht viel, wenn ich so recht überlege. Egal. Hier probieren wir's. Ich will mal gucken, was er überhaupt kann. Ob ich überhaupt ne Chance hab. Oder... Was auch immer. So, die Dinger bleiben aus. Das ist gut. Leider ist jetzt natürlich auch wieder... Sind wieder die Gegner da. Aber das waren ja nicht viele. Glaube ich. Das waren nicht allzu viele. Mal gucken. Da unten kommt ja gleich einer, ne. Aber das ist der letzte. Das ist ja der einzige, ne. Der Typ, der da hinten jetzt gleich steht. Der da, den muss ich ja nicht unbedingt ärgern. Wir gehen gleich zu dem. Ja, genau. Geh zurück. Das finde ich super von dir. Das war nicht zurück, mein Freund. Steh auf! Und zack. Und zack. So. Den haben wir erledigt. Ähm... Erstmal eilen. Wechseln. Okay. Dann wollen wir es noch einmal probieren. Mit unserer ganzen Zuversichtlichkeit, diesmal nirgendwo runterzufallen. Wird schon mal Glück. Muss man wieder auch gleich da sein, ne. Wenn er gleich da ist, kann man dann nicht... Ne, ich will nicht rumtricksen. Ich will den richtig machen. Außerdem... Außerdem... Naja, er ist natürlich nicht da. Er steigt erst der Lava-Emport. Nein, dieses dummes Süppchen bin ich gefallen. Hi. Wow. Das geht ja voll auf. Obwohl ich mein Schild... Okay, krass. Das ist mies. Okay. Das ist so krass. Der ignoriert einfach mein Schild. So richtig kolossal. Boah. Okay, jetzt spuckt er Feuer. Okay, also an das... Dann muss ich mich erst mal gewöhnen, dass ihm das sowas von egal ist einfach. Boah. Brauche ich überhaupt nicht mit meinem Schild rumzuwenden. Was für ein Bobsack, ey. Ui. Okay. Oh, Mann, das wird... Ja, aber man hat als Nahkämpfer natürlich die Möglichkeit, nur wenn er seinen Arm dorthin batscht. Ansonsten kommt man ja gar nicht wirklich dran, ne. Deswegen macht er das immer so lange. Ich glaube, wenn er mich mit beiden Händen trifft, dann bin ich sowas von tot. Boah, der frisst ganz schön viel. Das wird mit meinen... Au. Säbenfallen wahrscheinlich gar nicht ausgehen. Ah. Okay, der Bedarf Übung, das merke ich schon. Aber ich finde es cool, dass man dann die Zeit hat. Wenigstens. Ja, noch ein bisschen weg. Und weg, und weg, und weg. Na ja, immer in Bewegung bleiben. Das wird aber eng mit meinen Zaubern, ey. Das hätte ich mir anders überlegen sollen. Das hätte ich mir anders überlegen sollen. Die Einsätze anders machen. Ja, er ist da wieder rüber. Na gut, 30... Ach, jetzt mache ich erst die großen Schwere, sehe ich gerade. Ich vollidiot. Ich mache die ganze Zeit... Ja, okay. Oh oh. Nicht in das kleine Süpschen fallen. Nicht in das kleine Süpschen fallen. Schnell heilen. Und weiter geht's. Und... Ja. Ah, Mann. Und ich dachte schon... Okay, das war jetzt dumm. Aber nicht so schlimm. Und schnell drüber und weg. Oh. Ja, du mich auch, ey. Jetzt bin ich dran. Na, warte. Okay, nee. Das kannst du dir schenken. Ich hab dich. Wow. Die große Selomarm. Also, das war ja... Das war tatsächlich der Fürst. Okay. Uh. Also, ich muss sagen, der war am einfachsten. Gut, man darf jetzt wirklich nicht meinen ersten Versuch... Ähm... Werten doch. Natürlich muss er gewertet werden. Aber... Äh... Der war einfach. Also... Vor allem hätte ich sofort... Mit meinen großen Schweren agiert. Nicht mit dem dummen, billigen, großen. Äh... Dann wär's noch einfacher geworden, glaub ich. Super. Äh... Geil. Ähm... Große Seele umarmt. Ich bin gespannt, was jetzt abgeht. Ähm... Aber das erfahren wir leider erst das nächste Mal, Freunde. Wenn es wieder heißt. Let's play... Dark Souls 2. Dark Souls 2. Dark Souls 3. Dark Souls 3. Dark Souls 3.